Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um ein etwas kontroverses Thema, nämlich um die Reduktionsmöglichkeiten von Stromkosten für besonders energieintensive Abnehmer, also das sind vor allem Industrieverbraucher. Wir schauen uns an, welche konkreten Möglichkeiten diese Unternehmen haben, um ihre Stromkosten einzusparen und was die Auswirkungen dann wiederum sind auf zum Beispiel die Rechnungsbeträge von Haushaltskunden. Zum Einstieg rufen wir uns in Erinnerung, welche Bestandteile die Stromrechnung in Deutschland eigentlich hat. Natürlich beginnt das mit dem eigentlichen Strompreis, das heißt den Kosten für die Erzeugung und den Vertrieb des Stroms. Darüber hinaus gibt es die Netzentgelte. Das sind also Kosten vor allem für die Bereitstellung und Aufrechterhaltung und den Ausbau der Stromnetze. Darüber hinaus gibt es die Kosten für den Messstellenbetrieb, also auch für die Stromzähler, plus die Abrechnungsdienstleistung, die da im Hintergrund passiert. Darüber hinaus gibt es natürlich Steuern. Das ist einerseits die Stromsteuer und andererseits die Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer. Und zu guter Letzt verschiedene Abgaben und Umlagen und anderen natürlich die EEG-Umlage für die erneuerbaren Energienanlagen, die KWK-Umlage für Kraft-Wärme-Kopplung, die Offshore-Umlage für die Windkraftanlagen zur See, die § 19 Strom-NEV-Umlage, dazu kommen wir später noch einmal, die Abla-Umlage für abschaltbare Lasten. Und zu guter Letzt die Konzessionsabgabe, also die Kosten, die eine Gemeinde verlangt, damit ein Netzbetreiber dort innerhalb des Gebietes der Gemeinde seine Stromleitung bauen darf. Wir erkennen also, es gibt verschiedenste Kostenbestandteile, die die Stromrechnung für den Endverbraucher noch mal deutlich teurer machen, als die eigentlichen Stromerzeugungs- und Vertriebskosten es nötig machen würden. Den Effekt davon merkt man als Haushaltsverbraucher einmal im Jahr, wenn die Stromrechnung reinkommt und man sich dann im Regelfall denkt, meine Güte, das könnte auch wirklich etwas günstiger sein. Wenn wir uns jetzt mal in die Situation begeben würden, dass wir ein großes Industrieunternehmen sind und deswegen besonders viel mehr Energie verbrauchen als der klassische Haushaltsverbraucher, dann können wir uns natürlich vorstellen, dass die Stromrechnung noch mal deutlich, deutlich, deutlich höher ist und wir das nicht unbedingt gut finden. Die verschiedenen Rechnungsbestandteile haben ja durchaus ihren Sinn, die sorgen für die Energiewende, die sorgen für den Netzausbau, aber die gibt es eben in anderen Ländern nicht unbedingt. Und deswegen sind es Extrakosten explizit für Unternehmen in Deutschland und das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Deswegen haben sich Politik und Branche relativ früh schon darauf geeinigt, hier sollte man Möglichkeiten schaffen, dass die Großverbraucher, die also richtig energieintensive Unternehmen, dass diese also die Möglichkeiten haben, hier verschiedene Kosten zu sparen. Bei den meisten Rechnungsbestandteilen gibt es eine ganz einfache Regel, sobald man, sagen wir mal, über eine Million Kilowattstunden im Jahr verbraucht, das ist also über ein Gigawatt, kommt man erstmal grundsätzlich in die Gruppe von Unternehmen, die in der Lage sind, jetzt hier verschiedene Kosten zu sparen. Wenn man jetzt also in so eine Verbrauchsgruppe hineinfällt, weil man eben über eine Gigawattstunde pro Jahr zum Beispiel verbraucht, dann muss man einen Antrag stellen, je nach Kostenbestandteil beim Netzbetreiber oder bei der Bundesnetzagentur oder wenn es um Steuern geht, zum Beispiel beim Zoll. Und nun kommt es zum Beispiel dazu, dass man beispielsweise im Rahmen der EEG-Umlage und der KWK-Umlage diesen hohen Verbrauch geltend machen kann und eine entsprechend sehr hohe Vergünstigung, also prozentualen Anteil, der Kosten einfach gar nicht berechnet bekommt. Wer sich die konkreten Regeln dazu anschauen möchte, muss nach dem Begriff besondere Ausgleichsregelungen suchen. Dort ist geregelt, dass also besonders stromintensive Unternehmen, da sind verschiedene Branchen, die also besonders viel Energie verbrauchen, das ist der Chemiebereich, das ist das produzierende Gewerbe, Metallverarbeitung und so weiter, dass diese also besondere Regelungen haben und besondere Prozentsätze dort jeweils einfach pauschal aus den Kosten rausgenommen werden. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel die Regelung, dass die EEG-Umlage, also für erneuerbare Energien, nicht dann berechnet wird, wenn es sich um Strom handelt, der ausschließlich zum Eigenverbrauch verwendet wird. Wenn ich also als Unternehmen meine eigenen kleinen energieerzeugenden Anlagen habe, zum Beispiel Solarkraft auf dem Dach, dann brauche ich für den Strom, den ich dort für mich selbst erzeuge und für mich selbst auch verbrauche, keine Umlagen zahlen. Darüber hinaus kann es sehr gut sein, dass besonders stromintensive Unternehmen die Auflage erhalten, zum Beispiel ein Energiemanagementsystem einzuführen, welches dann zur Folge hätte auf jeden Fall über die nächsten Jahre Energie einzusparen, weil man über diese Managementsysteme Schwachstellen und Optimierungspotenziale gezwungenermaßen finden wird. Ich habe jetzt bisher vor allem über die beiden großen Umlagen, EEG-Umlage und KWK-Umlage gesprochen. Genauso gut gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ein besonders energieintensiver Verbraucher mit über 10 Gigawattstunden Verbrauch pro Jahr die Netzentgelte zu 80 bis 90 Prozent gar nicht erst berechnet bekommt. In der Vergangenheit war es sogar mal möglich, dass man 100 Prozent der Netzentgelte nicht berechnet bekommt, dass man also praktisch gar keine Netzentgelte zahlen musste als besonders großer Verbraucher. Das OLG Düsseldorf hat aber 2013 beschlossen, dass das unter Beachtung von gleichen Rechten für alle nicht koscher ist und dementsprechend verboten hat, dass gar keine Netzentgelte berechnet werden. Dennoch ist es bis heute möglich, dass zum Beispiel 90 Prozent der Netzentgelte gar nicht erst berechnet werden. Ein Rabatt von 90 Prozent ist schon ziemlich cool. Bei den weiteren Umlagen, zum Beispiel der Offshore-Umlage und der §19-Strom-NEV-Umlage, ist es ebenso möglich, als besonders großer Verbraucher hier deutlich Prozentrabatte zu bekommen. Mit dem Effekt, dass die §19-Strom-NEV-Umlage überhaupt nur deswegen geschaffen wurde, damit die eingesparten Kosten bei eben genau diesen großen Verbrauchern auf andere Verbraucher umgewälzt werden. Das heißt, dass die Einnahmen, die ja nicht zustande kommen durch die Einsparung der großen Verbraucher, jetzt ja an anderer Stelle trotzdem reinkommen sollen, denn die Energieversorger wollen ja auch Geld verdienen. Das wird also umgewälzt auf die kleinen Gewerbekunden und auf vor allem die Haushaltskunden. Im Bereich der Konzessionsabgabe gibt es darüber hinaus die ganz pauschale Regelung, das sogenannte Sondervertragskunden. Die Definition ist nicht klar. Einen besonders niedrigen Kostenfaktor aufgerechnet bekommen, sodass auch hier sehr deutlich eingespart werden kann. Kommen wir noch schnell zur Steuer. Es ist grundsätzlich vorgesehen, dass Strom, der zur Erzeugung von Strom verwendet wird, also der Strom, der für den Betrieb eines Kraftwerks verwendet wird, gar nicht besteuert wird. Ansonsten ist es vorgesehen, dass Strom immer nur einmal besteuert wird. Das heißt, im Rahmen von Speichern ist es noch eine Frage, ob die Einspeicherung und Ausspeicherung jeweils mit Steuern belastet werden oder eben nur einfach. Und auch hier ist es vorgesehen, dass sowohl die kleinen mittelständischen Unternehmen als auch natürlich die großen Verbraucher deutliche Einsparungen bei der Steuerbelastung bekommen können, wenn sie in energieintensiven Branchen unterwegs sind und zum Beispiel ein Energiemanagementsystem eingeführt haben. Wir sehen also, dass bei praktisch allen Aspekten der deutlich verteuerten Stromrechnung in Deutschland Möglichkeiten bestehen, dass sie besonders energieintensiven Verbraucher einsparen können. Das ist natürlich nichts anderes als eine Subventionierung oder Wirtschaftsförderung für die besonders großen Unternehmen, aber auf Lasten der Schultern der Haushaltsverbraucher und der Kleingewerbeverbraucher. Und zum Abschluss möchte ich eigentlich nur noch aus einer Studie zitieren, die im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion im Jahre 2013 veröffentlicht wurde. Dort wurde aufgezeigt, wie sich im Zeitraum von 2008 bis 2012 die Rechnungsbelastung für Energie jeweils erhöht hat, für einmal Haushaltskunden und einmal für Industriekunden. Die Ergebnisse waren, dass sich die durchschnittlichen Strompreise für Industriekunden von 2008 bis 2012 um einen ganzen Prozent erhöht haben. Auf der anderen Seite gab es das Ergebnis, dass sich der durchschnittliche Strompreis in den Jahren 2008 bis 2012 für den Haushaltskunden um gerade mal 35 Prozent erhöht haben. Womöglich ist es also an der Zeit, das gesamte Rechnungssystem und die Verteilung einmal zu überdenken und neu zu systematisieren. Was ist eure Meinung dazu? Oder habt ihr irgendwelche Fragen? Dann schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einfach mal ein Like. Und für heute soll es das erstmal gewesen sein. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach.